Hallo zusammen, ihr hört, es ist Weihnachten und hier eine neue Folge von den aussätzlichen Zauberern, heute mit dem Greg, dem Kies und dem Karl. Okay und wir haben heute ein Datenschutzthema, lieber Karl, hast du mitgebracht? Ja, ein kleines Thema, eigentlich mal so zur Diskussion, weil ich mir da nie so wirklich sicher bin, ob das, ja wie man das sehen sollte. Und zwar, ich arbeite ja im Administrationsbereich und aus Datenschutzgründen wird zum Beispiel alles gelockt, was wir machen am Rechner. Ist das eigentlich eine Erhöhung des Datenschutzes oder weiche ich denn damit auf? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Und ein, ja, viel zu selten beleuchtetes Thema. Und zwar fangen wir erstmal an, gelockt. Für die, die sich jetzt darunter nichts vorstellen kann oder die, die älter sind wahrscheinlich. Protokolle nennt man das auch. Das heißt, wenn ich irgendwas am Computer tue, dann schreibt der Computer mehr oder weniger mit, was ich da tue. Er schreibt auch mit, wer das tut. Und er schreibt es quasi meistens in so einer Textform in eine Datei, die man dann Logfile oder Logdatei oder Protokolldatei nennt. Da steht dann die Uhrzeit auf die Millisekunde genau im Normalfall, der Name des Benutzers und die Aktivität jedoch geführt hat. Und teilweise, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in meiner Firma ist, auch das, was als Ergebnis vom Computer zurückkam. Ja, das ist quasi in verschiedenen Stufen möglich. Kann man auch in den Computern einstellen von wenig bis maximal. Geht dann theoretisch so hin, dass du, ja, fast wie ein Videofilm, so kann man sich es vorstellen, den Bildschirminhalt ablaufen lassen kannst. Also, wobei bei Admins ist, ist ja das oft textorientiert. Von daher ist das so wie so ein Text, der durchscrollt. Oder, ja, bei anderen Sachen theoretisch sogar wie ein Video abgespielt. Ja, ob das den Datenschutz erhöht oder nicht. Also, das ist ein Thema, da kann man sich quasi ins Knie schießen. Also, die Grundregel dafür, die habt ihr in der letzten Folge gehört, die steht in Paragraphen 31 des Bundesdatenschutzgesetzes, der sagt, wenn ich Datenschutzsicherheitsmaßnahmen einführe, die mitprotokollierten, was ein Nutzer macht, dann darf ich die nur zum Zweck der Datenschutzkontrolle verwenden und die dürfen aber auch verwendet werden, um den Betrieb der Geräte zu ermöglichen. Das ist so das Thema. Logfiles braucht man ja auch, um Fehler zu reparieren. Wenn ich quasi mich anmelde, Anmeldung funktioniert nicht und ich weiß aber, ich habe das richtige Passwort eingegeben, dass man dann nachgucken kann, was ist da passiert, ist das angekommen oder welche Meldung hat der Computer registriert. Da kann man Fehler bereinigen und genau für den Zweck sind die ursprünglich mal da und dieser Paragraph 31 sagt eigentlich, die darfst du mitbenutzen als Datenschützer, um nachzugucken, ob nichts schief ging oder ob was Böses passiert ist, aber dann auch nicht mehr. Die sind kein Selbstzweck, das wollte ich noch ergänzen und jetzt du? Ja genau, also der Punkt oder letztendlich so die Diskrepanz liegt ja eigentlich zwischen dem eigentlichen Grundsatz im Datenschutz so wenig wie notwendig an Daten zu erfassen und dann letztendlich auch auszuwerten. Auf der anderen Seite will man aber auch kontrollieren können. Da geht es dann letztendlich logischerweise vor allem um Missbrauch. Also nutzt jemand seine Stellung als zum Beispiel Administrator auf so einem System, um ja ich sage jetzt mal auch personenbezogene Daten zu missbrauchen, also irgendwelche Informationen daraus zu ziehen, die ihnen nichts angehen, die auch dem Verwendungszweck entgegenstehen oder damit nicht abgedeckt sind. Und das will man ja in irgendeiner Form ohne Kontrolle bekommen. Und dazu braucht man dann natürlich auch irgendwelche Mittel. Und da geht es natürlich nicht ohne Personenbezug, weil du willst ja, wenn jemand da irgendwie, ich sage jetzt mal unerlaubt an Daten rangegangen ist, natürlich auch wissen, wer das war, damit du da auch entsprechend einschreiten kannst. Aber wie der Greg auch schon gesagt hat, logischerweise auch nur genau dafür, für nichts mehr. Was da immer wieder hochpoppt, sind so Auswertungen von wie hat jemand gearbeitet, wie viel hat er gearbeitet, wann hat er angefangen. Also so Verhaltens- und Leistungskontrolle. Dafür ist es definitiv nicht gedacht. Also dieser Paragraf 31 verbietet es sogar, das für einen anderen Zweck zu nehmen. Wenn das angedacht wäre, bräuchte man eine andere Grundlage, zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung und so weiter. Was ich da noch gern ergänzen würde, ist, da gibt es spannende, ja okay, spannend, vielleicht nicht für die Normalsterblichen, ich fand es spannend, spannende Abhandlungen drüber. Ist es eigentlich erlaubt, so ein Logging oder so eine Protokollierung zum Selbstzweck durchzuführen? Das heißt, nur Logdaten erzeugen, um des Loggings willen, damit ich lückenlos alles wissen kann, auf irgendetwas, was in die Zukunft geht. Und da ist zumindest die Kommentare, die ich kenne und die ich auch für, ja, das ist auch meine Grundposition, die sagen, nein, das ist nicht so, denn bestimmte Logfiles werden gebraucht, um quasi technischen Betrieb zu ermöglichen. Das heißt, eigentlich brauchst du für einen sinnvollen Betrieb, wo du auch was reparieren können willst, also wenn du ernsthafte Datenverarbeitung machst, brauchst du bestimmte Nachweise, unter anderem auch, wann hat sich jemand angemeldet oder erfolgreich angemeldet, wann nicht. Und genau die darfst du dafür hernehmen, aber nur weil es geht, darfst du eben nicht alles mitprotokollieren. Das heißt, so ein Loglevel, Loglevel ist die Stufe, wie viel mitgeschrieben wird, den dreht man eigentlich im Wirkbetrieb oder im normalen Betrieb ziemlich runter. Und nur im Störungsfall schaltet man den ein, um bestimmte Dinge nachstellen zu können, nachvollziehen zu können. Und wenn diese Situation wieder bereinigt ist, also der Fehler behoben ist, stellt man es wieder zurück. Das wäre dann dieses datenschutzkonforme, so wenig Daten wie möglich oder nötig. Ja, ich will nochmal auf einen Aspekt eingehen, was sehr, sehr häufig vorkommt, ist ja so die Frage nach, okay, es muss nachvollziehbar sein über die Logfiles, wer was wann gemacht hat. Und schwierig wird das Ganze dann, wenn das über mehrere Organisationsgrenzen hinweg erfolgen soll. Also jetzt mal typischer Fall, man hat so einen gemischten Betrieb mit mehreren Administratoren, auch vielleicht in unterschiedlichen Leveln. Und jetzt darf der eine Bereich nicht unbedingt sofort mitbekommen, wer da zu welchem Zeitpunkt was wie gemacht hat, weil es schlicht und ergreifend gar nichts angeht. Er ist in einer anderen rechtlichen Umgebung, also sprich in einer anderen Firma beschäftigt. Da kann man natürlich jetzt nicht mit so direkt zuweisbaren Namen, Administratorennamen, Accountnamen arbeiten. Da würde man im üblichen Fall halt tatsächlich mit sowas wie Pseudonymisierung arbeiten. Und zwar in dem Sinne Pseudonymisierung. Man pflegt im Prinzip eine Liste mit Pseudonym. In der Liste wird aufgeführt, welches Pseudonym für welchen Administrator steht. Es wird nur mit dem Pseudonym gelockt, also sprich sich eingewählt, der Account halt entsprechend mit dem Pseudonym gebildet. Und wenn dann irgendein Vorfall da wäre, wo man im Prinzip einen Verdacht, ich sag jetzt mal auch bestätigen kann, dass da jemand irgendwie Missbrauch getrieben hat, geht man dann im Prinzip durch die Liste und sagt dann, okay, der Administrator 123567, das ist dann in dem Fall halt der Kies gewesen oder der Kreck oder der Kahl und löst dann im Prinzip dieses Pseudonym auf. Also nur um mal so ein Beispiel zu nehmen, wo das dann auch schon noch ein bisschen komplexer wird wie nur rein, okay, ich habe den Administratorennamen da im Lok und das ist nur bei einer Firma angesiedelt. Und zwar regelt man das dadurch, wer darf auf diese Protokolle zugreifen. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei, also die Protokolle zu erzeugen, ist das eine. Dann festzulegen, wie lang dürfen die da sein, wie viel in die Vergangenheit, denn die müssen endlich sein, unendlich geht da nicht. Das muss irgendwo festgelegt werden. Ich gehe in der Praxis immer von so einem Daumenwert von bis zu maximal drei Monaten aus, wenn es nicht irgendwelche besonderen Anforderungen gibt, weil die Aktivität nur einmal im Jahr stattfindet, dann wird es keinen Sinn machen, diesen einmaligen Zugriff nach drei Monaten wegzuschmeißen, weil dann kann man es nicht mehr erkennen. Aber so in einem normalen Betrieb sollte es möglich sein, wenn man auch eine Sicherheitsorganisation hat, die innerhalb von drei Monaten dann reagieren kann, dann ist das durchaus eine angemessene Zeit. Denn wenn ich einen Vorfall habe, dann sichere ich dieses Logfile auf drei Monate zurück und kann das analysieren. Und wenn es dann nichts gebracht hat, dann wird es weggeworfen. Also drei Monate heißt jetzt nicht unbedingt, dass das dann sozusagen, wenn ich jetzt was feststelle, dass ich es dann morgen gleich löschen muss, sondern immer wenn ein Vorfall ist, darf ich die natürlich, solange ich ermittle oder solange ich rekonstruiere, aufbewahren. Aber dann sozusagen danach muss ich es wegwerfen. Und dieses Berechtigungskonzept, wer darf wann auswerten, das ist genau zu regeln, ist natürlich in der Praxis dann ein Problem, weil dann kannst du auch wieder sagen, ja der, der zugreift, protokolliere ich den auch. Und dann kannst du sehr schnell in eine Endlosschleife geraten und vor allem dann beim Rechtesystem, das heißt, wer hat technisch die Möglichkeit zuzugreifen, kann derjenige, der protokolliert wird, sein eigenes Protokoll wieder löschen? Kann man das feststellen? Weiß man dann, wie er es gemacht hat? Also genau diese Themen, da wird es beliebig kompliziert und da gibt es dann leider auch keine einfache Antwort. Lieber Karl, ist das so halbwegs befriedigend oder willst du da noch einen Aspekt besser beleuchtet haben? Naja, ich sag mal, vieles sehe ich ja auch so, gerade für die technischen Logs. Also das heißt, die Anwendung, in der mitgeloggt wird, welche Änderungen habe ich zum Beispiel gemacht? Natürlich ist das für unsere Arbeit extrem wichtig, weil wir eigentlich andauernd nachgucken, okay, wann wurde denn was verändert und was ist danach passiert und so. Wenn jetzt aber extra ein Logging eingerichtet wird, wer bestimmt eigentlich darüber? Also muss da eine Betriebsvereinbarung gemacht werden zwischen zum Beispiel einer Sicherheitsabteilung und dem Betriebsrat oder wie ist das geregelt? Das ist gemein, jetzt sag ich immer, es kommt darauf an, das will ich immer vermeiden, weil das ist so juristisch, der Jurist sagt, die Grundregel ist, du brauchst eine Grundlage, auch für diese Protokollierung brauchst du eine Grundlage. Die Mindestgrundlage ist dieser Paragraf 31, das würde heißen, der Datenschutzbeauftragte, der darf da reingucken und sonst niemand, inklusive seinem Hilfspersonal natürlich, aber sonst wirklich keiner. Das ist die Minimalregelung, wenn es keine gäbe. Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann würde der nach Betriebsverfassungsgesetz in der Mitbestimmung sein, weil es ein technisches System zur Protokollierung von Leistung und Verhalten ist, dann stimmt man das mit dem ab und schließt eine Betriebsvereinbarung. Wer das macht, kann jetzt die Security sein, das hängt immer von der Betriebsgröße ab, von den Umständen, kann aber auch die Personalabteilung sein oder auch sonst irgendwie die IT-Abteilung, also das ist unternehmensabhängig. Also der Arbeitgeber im Prinzip. Der Arbeitgeber, die Firma, schließt mit dem Betriebsrat einen Vertrag über diese Bedingungen. Genau. Aber ich sage mal, die reine 31er-Lösung, also dass wirklich nur der 31er ausreichend ist, um Locking zu rechtfertigen, selbst dann bin ich der Meinung, sollte man gucken, dass man das noch ein bisschen genauer regelt, weil der ist ja relativ offen. Da steht nirgendwo, wie lange zum Beispiel gelockt werden darf, wie ausgewertet werden darf, ob das in einem sicheren System geschieht, wie die Berechtigungskonzepte zumindest dokumentiert werden müssen und so. Das steht da ja alles so nicht drin. Und das sind, denke ich mal, schon auch zumindest zum Teil Sachen, die ich zum Beispiel in der Betriebsvereinbarung mit so einem Betriebsrat schon auch geregelt sehen würde. Also wirklich festzuhalten, okay, 90 Tage Standard-Logging-Zeit, danach ist zu löschen, zu regeln, was da genau wie ausgewertet werden darf, wer da überhaupt auswerten darf und wer nicht. Also es muss ja nicht nur der Datenschutzbeauftragte, du sagtest ja auch gerade, dass ihr das braucht, um jetzt besondere, sag ich jetzt mal, Vorgänge nachvollziehen zu können bei Fehlersuchen und so weiter. Das nützt ja ja nichts, wenn da nur der Datenschützer drauf gucken darf. Und der hat da, was die technischen Sachen angeht, und warum da jetzt eine Störung ist, da relativ wenig Ahnung von. Also das auf jeden Fall, also das war ja nur sozusagen das Minimalthema. Und selbst wenn man keine Betriebsvereinbarung hat, weil der Betrieb so klein ist und es keinen Betriebsrat gibt, macht es dennoch Sinn, das, was du gesagt hast, Kies, alles festzuhalten, weil dann weiß man wenigstens, woran man ist und dann ist es auch ordentlich. Denn es kann dann theoretisch auch passieren. Also das Schlimmste aus einer Unternehmenssicht wäre nämlich, ich habe jetzt so eine Protokolldatei oder ein Logfile, ich habe jemanden, der tatsächlich mal Böses im Schilde führt, was anstellt und ich habe jetzt das Logfile, habe aber da irgendwas falsch gemacht, weil ich es sozusagen ausgewertet habe, gegen irgendwelche Regeln und da nicht sauber drauf geachtet hat. Dann kann es theoretisch passieren, dass vor dem Arbeitsgericht du auch noch verlierst. Das heißt, du weißt, wer es war, du weißt, welchen Schaden er angestellt hat. Du darfst das auch nicht verwenden. Die Kündigung läuft ins Leere, das heißt, dann musst du quasi, dann verlierst du gegebenenfalls so einen Kündigungsschutzprozess. Man einigt sich dann meistens auf eine Trennung, aber das wird halt dann teuer. Also das hilft auf jeden Fall, Klarheit zu haben und so Mindestdinge festzuschreiben, ist immer gut. Und eins fällt mir dabei noch ein, also das ist so, wenn ich solche Fälle betrachte, man muss sich auch angucken, was machen die Admins heutzutage. Das ist nicht mehr, oder meistens ist es ja nicht so, dass so ein Abmin so klassisch wie vor 30 Jahren verschiedene Tätigkeiten macht und so im Rechenzentrum unterwegs ist. Sowas gibt es heute eigentlich selten, sondern eigentlich ist ja das oft schon wie eine Fließbandarbeit konzentriert auf spezielle Themen. Und wenn jeder dann protokollieren würde, dann wird quasi der Abmin siebenmal 24 Stunden rum in die Uhr überwacht und genau dort spricht quasi sein Persönlichkeitsrecht dagegen, dass man in seinem Arbeitsumfeld eben auch gucken muss, dass er die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, die nicht überwacht sind. Das heißt, man kann jetzt nicht anfangen und sagt, ich überwache den pauschal generell in allen Punkten, nur weil er potenziell derjenige ist, der technisch an Dinge rankommt. Und alles, was er tut, sei es E-Mails lesen und so weiter oder mal im Internet was recherchieren, das kann nicht sein, dass da quasi der ganze Arbeitstag aufgezeichnet wird. Also da zieht auf jeden Fall auch wieder so dieser Grundsatz, zu schauen, wie die Verhältnismäßigkeit da gewahrt bleibt. Also Verhältnismäßigkeit im Sinne, was für ein Risiko ergibt sich durch Missbrauch beziehungsweise dann eben auch durch Fehler, die passieren im Gegenzug eben zur Vollüberwachung der zum Beispiel Administratoren. Und da muss man schon gucken, dass das einigermaßen maßvoll bleibt und nicht in die falsche Richtung ausschlägt. Also nicht zu tun ist schlecht, aber zu viel tun, da muss man sich wirklich überlegen, was ist da das richtige Maß. Und auf jeden Fall wollte ich noch mal kurz auf das Thema Pseudonym. Das hilft sehr gut, weil es gibt natürlich auch noch kompliziertere Fälle und zwar in dem Thema, wenn es Firmengrenzen überschreitet. Das heißt, du hast eine Service bei einer anderen Firma, gibst dort deine Gehaltsabrechnung hin, dann willst du natürlich als Kunde dieser Firma, dass die Administratoren in der anderen Firma protokolliert werden. Aber du hast ja eigentlich nur einen Vertrag zu der Firma und hast keinen Anspruch darauf zu wissen, wie der als Mensch sozusagen dort eingestellt ist und keinen direkten Einfluss. Und da wird leider in den letzten, sage ich mal, 15 bis 20 Jahren sehr viel gemacht, was eigentlich die Grenzen überschreitet, weil da wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Wer ist jetzt der Verantwortliche, der eigentlich die Daten von dem Logfile erhebt? Ist es der, der seine Personaldaten schützt oder ist es der Arbeitgeber, der quasi den Administrator beschäftigt? Und da wird es schnell beliebig kompliziert, das nur als kurzer Ausblick. Das muss man dann genauer angucken und mal technisch auseinandernehmen und dann braucht man auch ein paar gute Analytiker, die da noch einen Überblick behalten, um zu definieren, wer darf wann, was in welchem Fall. Und da wird auch so ein Konzept noch viel wichtiger, aber dafür auch ein bisschen umfangreicher. Ich möchte mal ein schönes Beispiel bringen, was so in der Praxis, also mir zumindest schon mehrfach untergekommen ist. Also Logdateien halten ja fest, wann welcher Administrator was wie gemacht hat. Jetzt stellen wir uns mal einfach vor, ich habe eine kleine Firma und lagere ganz bestimmte Dienstleistungen an irgendeinen Cloud-Betreiber zum Beispiel aus und habe mit dem logischerweise irgendeinen Vertrag abgeschlossen, was weiß ich, für First-Level-Support oder Second-Level-Support, also verschiedene Ebenen des Supports für so und so viele Stunden im Jahr ist das pauschal abgegolten in dem Preis, den ich da bezahle und alles, was darüber hinausgeht, muss ich dann was weiß ich stundenweise abrechnen und bezahlen. Und dann kann man natürlich jetzt auf die Idee kommen, und das geschieht tatsächlich in der Praxis, naja, dann nehme ich mal die ganzen Logdateien, die ich da führe, wann die Administratoren da auf dem System was gemacht haben und rechne dann einfach mal zusammen, wie viele Stunden die dann tatsächlich irgendeine Leistung erbracht haben. Und dann kann ich zumindest, wenn dann abgerechnet wird mit diesem Betreiber, kann ich das daneben halten und kann sagen, naja, das kommt ungefähr hin, was er da mir abrechnet oder das stimmt halt überhaupt nicht und dann geht das Gefeilsche los. Ich sage jetzt mal als Beispiel, das waren halt keine 60 Stunden zusätzlich, sondern halt nur 40 und hier sehen sie doch und überhaupt. Definitiv genau dafür darf man Logdateien. Außer es ist irgendwie anders da geregelt mit irgendeiner, ich sage jetzt mal im Vertrag, mit einer anderen Rechtsgrundlage. Definitiv sind Logdateien dafür nicht gedacht. und ich würde mal sagen, komplizierter wird man es jetzt nicht machen und bei dem Pseudonym fällt mir dann eigentlich nur noch ein, weil wir, manche wollen doch immer wissen, wie wir wirklich heißen und das könnten wir jetzt mal auflösen, weil eigentlich ist der Greg der Karl und der Karl ist der Kies und der Kies ist der Greg. Nee. Oder andersrum. Oder andersrum. Also Greg, nee, Karl, bist du damit zufrieden? Jetzt geht schon los. Pseudony sind schon was Geiles. Ich bin die Sonja mit der dunklen Stimme. Ah. Da geht die Sonne auf. Ach nee, das hast du aber lieb gesagt. Okay. Haben wir das Thema dann soweit, Karl? Ja, man kann es natürlich noch weiterhin immer komplizierter machen, aber ich denke einfach mal, manche werden jetzt vielleicht mal drüber nachdenken, was eigentlich in ihrer Firma aufge, ja, protokolliert wird. Es muss ja nicht nur der Admin sein, der protokolliert wird. Das lässt sich ja über alles machen. Definitiv, da hast du recht. Und das ist sehr unterschätzt und vor allem wird immer so abgetan, naja, das sind ja nur die Admins. Mit denen kann man es ja machen und das finde ich nicht gut. Ja, und das nimmt auf jeden Fall, bekommt, sag ich jetzt mal so, die letzten Monate und wird in den nächsten Monaten noch viel mehr Drive bekommen, weil das sind natürlich auch Unmengen an Informationen, die, ich sage jetzt mal, relativ strukturiert, aber im Gesamtbild doch unstrukturiert vorliegen. Und das ist ein typisches Feld für Datensammler, die so in die Richtung denken, na, da machen wir doch mal Big Data draus und gucken mal, was wir da alles so noch rauskriegen, was da an Informationen drin stecken könnte. wird im Security-Bereich zum Beispiel sehr gerne gemacht, da in die Richtung auch mit Log-Dateien zu arbeiten. Das ist ein ziemlich gefährliches Umfeld, also da muss, muss man schon ein Auge drauf haben, das sauber zu regeln und auch wirklich zu kontrollieren, wie damit umgegangen wird. Okay, dann noch ein letztes Stichwort, man muss dann auch aufpassen in Richtung Vorrats, Datenspeicherung. Ja, absolut. quasi und Big Data und Automation und KI. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir auf ein neues Thema. Ich habe noch eins, das ist jetzt eine Mischung Datenschutz, IT-Sicherheit, weil wir ja gerade bei dem Thema sind, wie kannst du sicherstellen, dass, ja, nur die richtigen Leute irgendwie an die richtige Information kommen und zwar habt ihr das mitgekriegt, es gab mal wieder einen GAU und zwar sind 31 Millionen Nutzern die Daten abhandengekommen und zwar ist eine 577 Gigabyte große Datenbank nicht abgesichert im Netz gelegen und der Hersteller, der macht, das ist das, wo ich eigentlich drüber reden will, ja, Tastaturen. auf Smartphones für iOS und Android. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, sich ein schönes Keyboard zurecht zu klicken, wo man dann vielleicht mit dem Finger nur noch die Wörter swiped, um es komfortabler zu haben, um tolle Smileys zu haben und vergisst eigentlich, dass genau das eins der vertrauenswürdigsten Dinge ist, das so ein Gerät überhaupt hat. Das heißt, der Tastendruck hin zum Computer auf dem Weg. Es ist halt eines der wichtigsten Eingabeinstrumente, immer noch. Da muss ich jetzt mal kurz mit einer Blutgreitsche dazwischen sozusagen, ja. Warum sind die Daten bei den Herstellern in der Datenbank? Das ist genau der Punkt. Die legen halt eine KI drauf und können dir dann Vorschläge machen, Verbesserungen, aber genau das frage ich mich auch. wieso muss mein Tastendruck quasi in eine Datenbank gehen zu irgendjemandem, die soll eigentlich nur sozusagen von der Taste oder vom Screen, von dem, ja, Sensor, der mitkriegt, ich habe eine bestimmte Taste gedrückt, hin zum Prozessor, der das entgegennimmt und verarbeitet oder in den Speicher. Ja, das ist, aber es geht überhaupt nicht, dass das weggeht. Aber diese Wörterbücher, also wenn ich was falsch schreibe, wird mir das ja auch in Zukunft falsch vorgeschlagen. Das findet doch lokal statt. Bei iOS vielleicht, im Betriebssystem, aber nicht, wenn du so ein Plug-in-Tastatur hast. Da musst du mal ins Kleingedrucken gucken. Okay, du meinst jetzt also, wenn ich eine zusätzliche Tastatur von einem Fremdhersteller noch installiere. Ja, so ein Plug-in, also diese Plug-in-Tastaturen, die lang auf iPhones nicht da waren, dann wird es doch irgendwann geöffnet und vor allem, ich gebe da halt sämtliche Passwörter damit. Es ist ja eigentlich noch viel komplexer. Also meiner Meinung nach, es gab hier zwei Vorfälle in der letzten Zeit. Das eine Thema war genau dieses, Software-Tastaturen auf solchen Android-Geräten, also Software-Tastaturen, deswegen, weil es ist ja keine echte Hardware, wird ja nur auf dem Bildschirm abgebildet und tippst da ganz normal auf dem Bildschirm rum. und tatsächlich gab es genauso einen ähnlichen Vorfall, aber auch jetzt wieder so ähnlich wie vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so bei HP. Die hatten ja ein ähnliches Problem mit einem Tastaturtreiber, der da irgendwie nach Hause telefoniert hat und sowas ist jetzt auch wieder passiert mit einem Tastaturhersteller, also einer, der Hardware-Tastaturen baut. Da ist ein Treiber installiert, ein USB-Treiber für dieses HID, Human Interface Device und der hatte auch dann wieder so eine Hintertür drin, um Daten abzugreifen. Das eine Thema ist, natürlich braucht das kein Mensch in sowas wie einer Cloud oder auf einem Server bei dem Hersteller, deren Ausrede, also das ist meiner Meinung nach genau der Punkt, der da so kritisch ist, deren Ausrede ist, ja, wir machen da im Prinzip an zentraler Stelle so eine kleine Auswertung, um dir das Leben zu erleichtern, um dir bessere Vorschläge zu machen. Das ist meiner Meinung nach einfach nur vorgeschobener Schwachsinn. Der Hardware-Hersteller hat als eine Begründung erstmal rausgejagt, er macht Predictive Maintenance, also er will rauskriegen, wie seine Hardware da, wie lange die hält und wann die anfängt, Mucken zu machen, um da relativ schnell reagieren zu können. Das ist alles Kokolores. Das Thema, was meiner Meinung nach diese Firmen im Hinterkopf haben, ist, die wollen so viele Daten wie möglich abgreifen, um daraus, ich sag jetzt einfach mal, das schöne Öl von heute sind halt nur mal irgendwelche Infos, um daraus Informationen zu generieren und die dann weiterzuverwerten. Und du musst einfach überlegen, so eine Tastatur ist das Haupteingabe-Instrument auf jedem Gerät im Moment immer noch. ja, also Handy, iPad, also diese ganzen Smartpads und so und dann halt letztendlich natürlich auch dein normaler Computer, dein Laptop und so weiter. Da geht alles drüber, welche Internetadressen du da reingegeben hast, welche Passwörter du verwendest, was du schreibst, was für Programme du verwendest, alles das kannst du rein nur über die Tastatur sofort analysieren. Und darum geht es denen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die, die wollen dir da nicht, die erfinden tolle Services, die eh kein Mensch braucht, um eine Ausrede dafür zu haben, dass du diese Information da ins Netz bläst. Das steht dann im Kleingedruckten bei den Datenschutzhinweisen oder sonst wo. Das ist meiner Meinung nach alles kokolos. Das ist so ähnlich wie die Lichtschalter, die eine Glühbirne anmachen. Was muss ich diese Information ins Netz blasen, damit die Lampe angemacht wird? Das ist alles kokolos, wie du eben auch sagtest. Das sind doch alles Sachen, die lokal gemacht werden können. Habe ich mich wieder aufgeregt. Ja, ja, ja. Also ich meine, ich sehe das natürlich als Admin manchmal ein bisschen anders, ja. Das Thema ist natürlich wie immer, diese Daten sind erstmal sehr interessant, auch für die Weiterentwicklung, für die Fehlersuche und so weiter und so fort. Nur, es wird eben nicht dafür benutzt, sondern es wird gesammelt. Es wird auch viel mehr gesammelt, als man braucht. Absolut. Also ich meine, man könnte ja ohne Probleme sagen, es können sich 100 Leute melden mit der Tastatur XY, die kriegen wegen mir 100 Euro dafür, dass ein Jahr lang ein spezieller Tastaturtreiber benutzt, wird er nach Hause telefoniert. Ja. Punkt aus. Ja, genau. Dann hätte man sehr interessante Daten über die Nutzung, über zum Beispiel, was zuerst kaputt geht, wo Tasten prellen und, und, und. Würde man alles bekommen. Aber nur mal ganz kurzer, ein ganz kurzer Einwurf. Wirklich, ich versuche es jetzt mal in zwei Sätzen. Das Thema ist aber, und selbst wenn das sinnvoll wäre, muss ich ganz, auch wieder, wie wir es eben schon mal hatten, die, die Verhältnismäßigkeit. Wir reden hier von Tastaturen, die, die kosten 30 Euro, 25 Euro, eine richtig gute, vielleicht auch mal 80 Euro. Wenn die nach drei Jahren kaputt geht, ist okay, wenn die dreieinhalb Jahre überlebt, was sie eh nicht wollen. Die wollen ja, in keinem Verhältnis zu dem Risiko, was dahinter liegt. Ja, 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 natürlich. Und halt, wir kennen ja alle auch größere Firmen, denen ist das erst mal völlig egal, was man mit den Daten machen könnte. Wir behalten es erst mal, weil vielleicht können wir ja irgendwann mal was damit machen. Genau, ja. Ja, absolut. Das auf jeden Fall. Und, und was man auch noch sagen muss, ich meine, das ist so ein Thema, da muss man auch aufpassen, weil Sicherheitsfeatures ja auch damit verkauft werden. Da habe ich zwei Beispiele. Also einmal das Thema, es ist ja auch nicht nur die Zeichen, die du eintippst, dein Passwort und so weiter, sondern dein Tipp-Rhythmus, darüber gibt es ja selber wieder die Informal-Identifikation. Das heißt, die können noch viel, viel mehr von dir analysieren. Ja, die wissen genau, wer da hinter dem Gerät sitzt. Wir hatten das irgendwann mal in der Folge drin. Ich hatte da mal mit einer Firma zu tun, die das Einloggen, das Authentifizieren über die Tastenanschläge ja im Prinzip als Service fertig hatte. Du kannst genau feststellen, wer was wie tippt, sogar welche Tastaton die ihr verwendet und so weiter und so fort. Das kann man ziemlich genau auslesen, ja. Das ist das eine. Und das andere Thema ist, da das ja eine App war auf dem Smartphone, da ist, also die haben ja auch sonst noch alles gesammelt. Das heißt, die haben das quasi auseinandergenommen. Einmal kriegen die die Metadaten, wo sie rankommen, je nachdem. Ich gehe davon aus, bei iOS ein bisschen weniger über die Sandbox als bei Android, weil da waren drin die ganzen Social Media Profile, die E-Mail und die IMSI, also die internen Identifikationsnummern, sowohl aus dem Telefonnetz, vom Mobilfunknetz, als auch die Gerätekennungen. Natürlich die Standorte, die kommen auch an solche Daten ran, wo ich sage, wozu braucht der Tastaturhersteller den Ort, an dem du tippst, außer er muss ich da noch ablenken. Das ist genau der Punkt. Und einbrennen. Daran erkennst du, daran erkennst du meiner Meinung nach sofort, dass das nichts mit der Tastatur zu tun hat. Die wollten ein Einfallstor haben, um an alles, was sie kriegen können, ranzukommen. Und was mich aber noch viel, viel mehr ärgert an so einem Ding ist, das kommt raus, das wird öffentlich gemacht, man kann sich darüber aufregen. Die werden übermorgen die nächste Version rausbringen mit einem anderen Namen oder sonst was und es erinnert sich keiner mehr dran. Oder schreiben. Wir haben es gefixt und passen jetzt auf. Wir machen das und wollten das ja nicht und es interessiert keiner, es wird keiner, also diese Logik, die oft so ein bisschen vorgeschoben wird, der Markt reguliert das von selbst, weil du kannst dir das halt nicht erlauben, wenn du dir das einmal erlaubst, dann hast du dann alle deine User verloren und so weiter. Ich stelle fest, zum Beispiel bei diesem HP-Fall, den es da ja vor nicht allzu langer Zeit gab, der Tastaturhersteller verkauft genauso viele Tastaturen wie vorher, der hat da überhaupt keinen Nachteil von gehabt, obwohl das eigentlich skandalös war, was er da getan hat. Und das stellst du leider immer wieder fest. Die kommen, also von daher, schon ein schöner Punkt, auch jetzt, was im Moment gerade immer so ein bisschen diskutiert wird, wird unter Datenschutz, diese Datenschutzgrundverordnung, dass da die Strafen, die möglichen Strafen so ein bisschen hochgesetzt wurden und so. Das ist auch gut so, dass da mal ein bisschen mehr Druck gemacht wird, weil alles andere funktioniert definitiv nicht. Das auf jeden Fall. Und wenn man jetzt die Meldung anguckt, also wir werden es verlinken auf Heise, die haben auch eingeblendet, we will never use your personal information. Ja, klar. Das ist so, da wo du sagst, what? Und vor allem, das ist ja auch wieder diese Definition, ja, die haben ja nur Tastenanschläge, wir protokollieren ja nur die technischen Tastenanschläge. Das sind doch keine personenbezogenen Daten. Und das ist genau dieser Fehlschluss, es geht eben nicht um die Daten, sondern um das Persönlichkeitsrecht der Menschen, die das Ding benutzen. Und das ist, die Summen, wenn du liest, also das ist 373 Millionen Einträge über Google Accounts und Adressbücher. Ja. Also das sind Sachen, da wo ich sage, nee, geht alles gar nicht. Das ist total Wahnsinn. und auch diese Richtung zu sagen, man kann da tolle Sicherheitsfeatures anbringen, sehe ich sehr, sehr, ja, nicht mal zwiespältig, sondern das ist eigentlich Bullshit, weil es gibt Services, ich habe mal einen beurteilt, als Datenschützer, da gibt es einen Hersteller, der bietet Data Leakage Prevention an, das ist sozusagen, das ist Sicherheitssoftware, die dafür sorgen soll, dass der Nutzer nicht irgendwelche bösen Dinge tut. Das heißt, die greift zum Beispiel ein, wenn einer versucht, Kreditkartennummern einzugeben oder zu kopieren über die Zwischenablage oder in ein E-Mail einzufügen, dann quasi greift diese Software ein, wie so eine Kinderschutzsoftware und sagt, das ist eine Kreditkartennummer und bringt dann eine Warnmeldung oder meldet es irgendwie im Stillgeheimen an die Sicherheit weiter oder unter Binderres technisch gibt es die verschiedensten Spielwiesen, also so eine, das nennt sich auch noch Datenschutzsicherheit, also im Englischen Data Leakage Prevention und da gibt es Anbieter, die bieten sowas als Cloud Service, das heißt, deine Tastatur schickt das in eine Cloud, die analysieren, ob du Böses tust oder nicht und dann geht es zurück im Bildschirm, da muss ich sagen, wenn du das als Firma einkaufst, dann hast du aber wirklich, ja, du hast ein Problem, weil du bist nicht mal in der Lage, das Thema Sicherheit zu erkennen. Ja, das, was mir da auch immer wieder untergekommen ist, ist so diese Diskussion, die dann eigentlich auch zu führen ist, nämlich, naja, sag mal, was solche Software oder solche Systeme, sag ich jetzt mal, weil das gibt ja auch in Hardware solche Sachen, solche Systeme bieten diesen Herstellern oder diesen Supportern, die man dann sich da im Prinzip einkauft, natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich sowas wie Denial of Service zu machen, also wirklich Sachen abzuschalten, einfach zu sagen, das ist jetzt böse, das definieren wir jetzt mal als böse oder als, das müssen wir jetzt tun, um Leakage Prevention da tatsächlich hinzukriegen und die können dir da im Prinzip so eine komplette Firma einfach lahmlegen. Nehmen wir mal so ein Beispiel, eine große Firma setzt halt irgendeine Software ein von einem großen Hersteller, der im Prinzip das auch alles über Cloud steuert und dann einfach sagen kann, okay, jetzt läuft das nicht mehr, weil die Lizenz ist abgelaufen oder so. Und da gibt es natürlich schon zu überlegen, also wie, inwieweit so eine Firma unter Umständen auch in Konkurrenz zu dir selber steht. Also jetzt stell dir vor, du bist eine Industrie, eine Industriefirma hier in Europa und hast sowas mit irgendeinem Cloud-Hersteller oder Cloud-Anbieter in was weiß ich, China und der stellt dir jetzt, also jetzt wird es mal extrem und aus der Luft gegriffen, aber kann man sich dann, denke ich mal, auch in andere Länder rein interpretieren. Hast dann irgendwas mit so einem Cloud-Service-Anbieter in China und der kriegt jetzt mit, dass du an derselben Ausschreibung arbeitest wie er gerade von irgendeiner anderen Firma, die da irgendwas haben will von dir und sag dann halt einfach mal, jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass der mal seine Angebote da nicht rechtzeitig abgibt und macht halt einfach mal die Rechner tot, die Software oder was auch immer du bei dem halt laufen hast. Und das ist heutzutage echt relativ easy möglich, angefangen von Hardware, die in Laptops eingebaut ist, wie diese, diese, wie heißen diese, TPM-Geschichten da. Fast die Plattform, Mutti, Sicherheitschips. Genau, die dir sogar verbieten, andere Betriebssysteme zum Beispiel da drauf zu spielen und so. Da gab es ja mal eine riesen Aufregung so für fünf, sechs Jahren. Das hat sich ein bisschen gelegt, aber die Chips gibt es halt immer noch. Bis hin eben zu Software, die halt früher sehr wohl nur auf deinem Rechner zum Laufen kam, aber mittlerweile eben tatsächlich nicht mehr auf deinem Rechner läuft. Also es gibt immer noch auch Cloud-Anbieter, die das sowohl als auch anbieten. Also du hast beides noch. Also du kannst auch mit deinem Rechner noch ohne Cloud sehr gut arbeiten. Das ist kein Thema. Machen viele große eigentlich auch, aber es gibt sehr wohl auch Anbieter, die sagen, das geht jetzt alles nur noch von der Cloud. Es gibt ja auch so Lizenzmodelle, die so in die Richtung gehen, wo du einfach, wenn das Internet nicht zur Verfügung steht, du auch keine Chance hast, dass das sauber läuft. Und da frage ich mich dann halt auch immer, diese, ja, passt das bei dem einen oder anderen tatsächlich rein ins IT-Umfeld und wird das in diesen Risikobewertungen, die letztendlich dann natürlich auch notwendig sind, wird das immer wirklich bedacht? Jo. Also da fällt mir nur noch eins ein. Ich habe dir jetzt zugehört und habe mir gedacht, wenn du jetzt so ein Krypto-Trojaner und das Geschäftsmodell dahinter beschreiben würdest, das würde genauso klingen. Ja, genau. Das unterscheidet sich Von der Mechanik her ist das genau das Gleiche. Das ist echt hauchdünn davon weg. Ja. Das ist von dem, wie es abläuft, eigentlich das Gleiche. Du schaltest das Ding tot und sagst, ja, überweist mir halt die Knete und wenn du das nicht machst oder umgekehrt, du musst halt regelmäßig Knete überweisen, damit ich das halt nicht tue. Das Lizenzmodell halt. Das ist halt wie immer diese Frage, wem vertraue ich. Ja, absolut. Und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir Leuten oder Firmen vertrauen, die wir überhaupt nicht kennen und die auch keinerlei Bezug eigentlich zum Kunden haben. Stimmt. Ja. Und ich keine Frage habe, das zu überprüfen. Und kaum eine. Der Aufwand ist immens hoch. Ja, du guckst, ich meine, umgekehrt kann man es auch gut sehen. Die wirklich Großen auf dem Markt, die dann tatsächlich um genau dieses Vertrauen auch kämpfen. Also ich muss das echt mal so sagen. Also die echt da rein investieren, da Vertrauen aufzubauen, wo ich dann auch merke, die meinen das schon auch ernst. Die fangen da wirklich an, sich Gedanken zu machen, haben da gute Konzepte, setzen die auch um, sind sehr transparent. Die investieren genau in diesen Aufbau des Vertrauens tierisch viele Ressourcen. Ich will die jetzt keine Namen nennen, weil das wird dann wieder als Werbung ausgelegt, aber man sieht die schon auf dem Markt auch. Die da wirklich anfangen und, was heißt anfangen, eigentlich mittendrin sind, da eben über Transparenz auch echt Vertrauen zu entwickeln und da auch massiv Probleme haben, weil, ja, das kennt man ja, das alte Spiel zwischen Commodore und Atari, der eine stört halt auf den Amiga, der andere halt nicht und dann bekämpft man sich am Markt, so war das ja auch schon immer in dem PC-Umfeld. Der eine hat halt ein gutes System, der andere nicht und, naja, aber du hast natürlich vollkommen recht, bei den Großen sieht man das, die investieren da auch und haben es echt schwer, da was aufzubauen. Umgekehrt gibt es unwahrscheinlich viele relativ kleine, mittleren Größen, Ordnungs-Firmchen, die da unterwegs sind mit Blackboxen, wo Voodoo-Zauber verkauft wird, das kein Mensch erklärt bekommt und wir gehen da einfach ganz locker mit um. Also ich sehe das im Moment eigentlich sehr, sehr stark, gerade in diesem Security-Umfeld. Also im Security-Markt ist echt viel Geld zu holen, weil du mit so Voodoo-Kram und Globuli-Pillchen in irgendwelchen schwarzen Büchsen, die du da hingestellt bekommst, tierisch viel Geld machen kannst. Definitiv und vor allem, man sollte immer dann zumindest nochmal drüber nachdenken oder sich schlau machen, wenn ich Inhalt irgendwo drüber schiebe, also sozusagen Tastatur zum Eingeben, da geht wirklich alles drüber oder auch alles an Content-Filtern, also Inhaltsfiltern, auch so eine Kinderschutz-Software. Ich glaube, die Eltern, die erreichen im Normalfall nicht ihr Ziel und es ist eigentlich oft schädlicher als das, was es nutzt. Man sollte dann genau dieses Geld oder diese Energie in, ja, sage ich mal, Transparenz, Information, Gespräche, Bildung und so weiter stecken. Ich glaube, damit wäre man oft besser bedient. Also ich kann da, was meiner Meinung nach so ein schöner Langzeitsport ist, dann nur empfehlen, mal so Fewe, den Blog von Felix Leitner da sich anzugucken, der da ja ein ganz entschiedener Gegner von diesem Schlangenöl-Zeugs ist und da auch kein Blatt vor den Mund nimmt und auch in diesem Umfeld unterwegs ist. Also der da wirklich, der steckt da schon sehr tief drin, auch was Sicherheitssachen angeht. und eine weitere Empfehlung, also das muss ich mal anzugucken, einfach mal nach Fewe googeln, das, also F-E-F-E. Du verlinkst. Ja, du verlinkst das, genau. Wir sind ja ganz modern eingestellt hier. Das, ja, für so alte Männer schon, ja. Und ein zweiter, Drück mal einen von deinen Knöpfen. So ein zweiter, einen muss ich suchen, aber einen weiteren Tipp muss ich auf jeden Fall noch mal, warte mal, ich mach mal hier, was haben wir denn hier? Jawohl. Eine Sache, auf die wir auf jeden Fall noch hinweisen müssen, da kann man uns dann eventuell auch sehen, auch wenn wir nicht die richtigen Namen preisgeben werden, aber ich sag nur Leipzig. Doch. Nee. Ich nicht. Aber dazu müsst ihr kommen. Ja, also Empfehlung zwischen den Jahren. Also du müsstest, wer der Karl, der Greg und der Kies wirklich sind, und zwar der Greg und der Kies und der Karl. Ja. Und, ähm, also Leipzig, zwischen den Jahren, Chaos Communication Kongress, äh, immer eine Empfehlung, inhaltlich eine Empfehlung, auch solche Themen, immer, ähm, natürlich tolle Vorträge, auch zu solchen Themen, aber auch sonst drumherum eine ganze Menge Spaß. Und wir suchen noch ein Ticket. Ein Ticket brauchen wir noch, genau. Ja, wir haben schon welche, aber nicht genügend. Also wer das jetzt hört und hat ein Ticket über, oder kennt jemand, dann twittert uns an, oder ja, antwittert ist, glaube ich, das Sinnvollste. Oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Jo, ansonsten, haben wir was vergessen, Karl? Ach, ich denke, wir haben schon was vergessen, ja. Aber im Prinzip ist egal. Wir haben es ja vergessen. Okay, und das war's mal wieder. Tschüss. Tschau, Tschau. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.